Hallo und wieder herzlich willkommen zu Wissenslos und ich möchte euch von ServusTV etwas, also einen Ausschnitt wieder präsentieren, wo in Amerika es zum Beispiel ein Produkt gibt, was eingesetzt wurde, was große, große Erfolge gegen Corona feiert. Und es wird aber nicht wirklich überall eingesetzt, beziehungsweise teilweise, würde ich jetzt mit meinen einfachen Worten mal sagen, unter den Teppich gekehrt, weil es doch ein bisschen zu günstig auch zu sein scheint. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, da gibt es Sachen, die wir nehmen könnten, aber das ist nicht wirklich gewollt. Aber schaut hier mal wieder rein, sehr, sehr interessant, sehr spannend, kann ich euch nur sagen, ich setze euch hinterher wieder den Link drunter und hört einfach mal ein paar Minuten zu und macht sich jeder wieder seine eigenen Gedanken dazu. Dr. Pierre Corey, der Lungenfacharzt und damals Leiter der Intensivmedizin im Mount Sinai Hospital, einem der ältesten und größten Krankenhäuser der USA, will die schreckliche Situation nicht akzeptieren. Der Courageur Garz setzt sich über die von der WHO empfohlenen Behandlungsgrundsätze hinweg, mit einem sensationellen Ergebnis. Aufgrund Ihrer Untersuchungen, Arbeit und Initiative wurden Corticosteroide Teil eines Standardbehandlungsregimes. Das hat sicher Tausende von Leben gerettet, aber Sie waren noch immer nicht zufrieden. Warum haben Sie noch nach anderen Optionen gesucht? Ich war sehr glücklich, weil die Sterblichkeitsraten zu sinken begannen, wenige Menschen mussten an Beatmungsgräte angeschlossen werden, die Krankheit wurde besser behandelbar, aber noch lange nicht perfekt. Viele Menschen sind immer noch dran gestorben, der Zulauf auf die Intensivstationen hielt an. Ja, genau das wollte ich jetzt ansprechen. Sie haben nach anderen Medikamenten gesucht und am Schluss Ivermectin gefunden. Warum gerade dieses Medikament? Nun zuallererst aus wissenschaftlichen Gründen. Die Datenlage war überzeugend. Das ist die kurze Antwort. Ich möchte aber auch sagen, Ivermectin wurde während der Pandemie überall auf der Welt in verschiedensten Bereichen eingesetzt, aber seine Wirksamkeit war nicht gut untersucht. Und die Leute, die wussten, dass es funktioniert, haben das nicht ausreichend kommuniziert. Das verstehe ich nicht, denn nachdem wir die Wirksamkeit von Ivermectin analysiert hatten, wurde uns klar, dass sich tatsächlich eine Konsistenz, so würde ich das nennen, herausstellte. Die Behandlungen in unterschiedlichsten Ländern unterschiedlichster Größe und in unterschiedlichsten Zentren führten alle zum gleichen und zwar zum verifizierbaren Ergebnis, mal in größerem, mal in kleinerem Ausmaß, aber alle waren positiv. Aus langer Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Studien über die Wirksamkeit von Therapieformen immer Konfliktpotenzial bergen. Es gibt unterschiedliche Ergebnisse, aber hier zeigten sich diese außergewöhnliche Konsistenz und klare Vorteile in der Behandlung. Daher wurde uns klar, dass dies Mittel sehr effektiv in der Bekämpfung der Krankheit sein kann. Die Wirkung von Ivermectin war so überwältigend, dass Dr. Corey im Dezember 2020 vor den US-Senat zog. Sein Ziel, die Nationale Gesundheitsbehörde sollte dieses Medikament in die Richtlinien zur Therapie aufnehmen. Haben sich dadurch die Richtlinien geändert? Ja, aber ich muss sagen, dass wir sowohl zufrieden als auch enttäuscht waren. Denn als ich aussagte, lautete die Empfehlung, wir sprechen uns gegen die Verwendung außerhalb klinischer Studien aus. Sie sagten also dem ganzen Land, wir wollen nicht, dass ihr dieses Medikament verwendet, eines der sichersten Arzneimittel der Welt, es sei denn, es befindet sich in einer Studie. So was hatte ich bis dahin noch nie erlebt, eines der sichersten und kostengünstigsten Medikamente weltweit und Sie sagen, verwendet das nicht. Okay, nach meiner Aussage vor dem Senat wurden wir eingeladen, unsere Daten zu präsentieren. Ich möchte ihr aber klarstellen, das war nicht das Ergebnis meiner Aussage. Wir wurden eingeladen, weil jemand, der für einen Kongressabgeordneten in unserer Regierung arbeitet und in das öffentliche Gesundheitswesen sehr involviert ist, bei meiner Aussage zugegen war. Sie sind für die Beaufsichtigung der NIH zuständig und er hat da angerufen. Er hat ihnen gesagt, ihr müsst euch diese Daten anhören. Er hat sie dazu gebracht, uns einzuladen. Die hatten unseren Auftritt überhaupt nicht gesehen und haben dann gesagt, hey, wir müssen wohl auf diesen jungen Mann hören. Also hat es jemand anderer möglich gemacht. Nach unserer Präsentation haben sie die Empfehlung gegen die Verwendung außerhalb einer Studie geändert und gesagt, es gibt keine ausreichende Beweislage für oder gegen die Verwendung. Also führte das zu einer neutralen Stellungnahme. Für mich wurde damit eine historische Gelegenheit verpasst, in der Bekämpfung der Pandemie wirklich voranzukommen. Sie hätten leicht eine vorsichtige Empfehlung abgeben können. Wissen Sie, die Empfehlungen sind abgestuft. Ganz oben steht 1a, unbedingte Empfehlung, starke Beweislage. Dann ist da 2b, ziemlich überzeugt, wirkt sehr wahrscheinlich, sollte verwendet oder in Erwägung gezogen werden. Und stattdessen wurde eine neutrale Bewertung draus. Alle Daten liefen aber auf eine zumindest vorsichtige Verwendung hinaus. Viele Ärzte verwenden es wegen dieser Stellungnahme immer noch nicht. Die Verwendung wird in vielen Krankenhäusern in diesem Land von den Leitern der Infektiologien untersagt. Ich habe überall Kollegen, die es nicht verschreiben dürfen, weil ihre Chefs ihnen das untersagen. Ich meine, das muss ein bisschen frustrierend sein. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass die Verwendung von Ivermectin auf der Grundlage dessen, was das NIH sagt, jetzt erlaubt ist, dass die dem nicht widersprochen haben, doch positiv gesehen werden kann. Dass das ein wichtiger Schritt nach vorne ist. Es war ein Schritt nach vorne. Ja, es war ein Schritt nach vorne. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß, wie hoch die Anzahl der Verschreibungen bei uns im Land ist.